servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal es ist noch mal mythic plus time ich hatte noch eine aufnahme auf dem pc die ich nicht geschnitten hatte faul wie ich bin und jetzt möchte ich euch das nicht vorenthalten blutige tiefen plus 16 ich glaube aus der vorletzten id mit verstärkt platzend volcanic wir wollen uns mal anschauen wie es da läuft wenn euch das video gefällt lassen like unten abo da aktiviert die glocke und für mich war das der letzte dungeon der mir noch gefehlt hat um den keystone master zu bekommen ich glaube sogar schon drei wochen her wir waren bestückt mit einem zwei randoms waren es zwei randoms waren es also deswegen das macht das ganze immer ein bisschen unberechenbarer ich muss auch an der stelle sagen ich habe den großteil des dungeons ziemlich schlecht gespielt war mit meiner performance jetzt nicht so super zufrieden aber gut was will man machen es kann auch nicht immer laufen wir befinden uns jetzt vor dem ersten boss ich habe bewusst jetzt mal großteile des videos rausgeschnitten einfach aus dem grund ja ich weiß es ist verstärkt aber es ist ja jetzt nur doch schon ein paar wochen her und ich wollte einfach noch mal ein paar einblicke geben bisschen über die einzelnen bosse und so weiter quatschen und ich arbeite dran dass es dann mal neue videos gibt zu diesem thema so jetzt haben wir den ersten boss wir haben pride buff wir haben kampfrausch wir haben cds da kann also richtig rein gebuttert werden und ihr seht der boss fliegt ziemlich nach unten jetzt hatte ich dann auch die chance meine kampfrausch zu ziehen kampfrausch zu ziehen meine cds zu ziehen und da mal so richtig rein zu jallern und nun ja der boss fliegt ziemlich da und wir sind gerade allesamt bei 12 kdps in dem dreh also es läuft ziemlich gut eule dk und hunter am start dazu tank monk und hill schamane ist aber jetzt wie man sieht weiß ich nicht der boss auf nicht tyranical nicht das allergrößte problem auch diese kügelchen jetzt hier abzufangen ist jetzt nicht die mega schwierigkeit ist läuft eigentlich alles ganz geschmeidig keiner geht down und damit schaffen wir es knapp nicht den boss innerhalb des pride timings um zu ballern aber hat nur etwas mehr als eine minute gedauert und das ist für einen 16er key ganz ordentlich wir gehen weiter zum henker zweiter boss hier haben wir nur noch ein bisschen pride buff ab und in meinen augen ist ich hasse diesen boss ich hasse es hasse es hasse es der trash bis dahin war auch naja worauf ihr aufpassen solltet sind vor allem diese oberaufseher die manchmal dann diese ketten bindung machen gerade als range dd könnt ihr euch einfach auf max range von denen stellen und ihr werdet nicht getroffen euer heiler wird euch danken ihr müsst euch danach auch nicht bewegen verliert damage stellt euch sofern möglich gleich auf max range ansonsten klar es sind ein paar fiese trash packs dabei jetzt gerade hier auf dem weg zum zweiten boss wenn ihr aber ein tank dabei habt ihr wisst was er tut dann solltet ihr ja guter dinge sein da locker flockig durchkommen und obwohl es noch nicht tyrannical ist das ad bei diesem boss muss schnell sterben ansonsten ihr seht was da für ein damage reinkommt und gleiches gilt für den cast vom boss auf einzelne spieler der macht super viel schaden boss ist jetzt dead wir sind bei 64 prozent trash spielen jetzt hier oben noch ein bisschen was damit wir mit genug power runter kommen und auch noch ein pride add hier unten haben für den boss also wir haben jetzt quasi die route so gewählt dass wir bei jedem boss möglichst ein pride add hatten hier jetzt bei dem boss auch wenn es nicht tyrannical ist sondern nur fortified wenn ihr keine oder wenn ihr nicht allzu standfest seid würde ich wohl empfehlen drei bis vier kugeln einzusammeln drei sollten es auf jeden fall sein wenn ihr ein bisschen squishy seid und oft einen auf die mütze kriegt oder wenn ihr heiler seid uns für euch ein bisschen einfacher haben wollt beispielsweise dass ihr euch nicht nur auf euch konzentrieren müsst sondern ihr zeit habt für die anderen mitspieler dann nimmt euch eine vierte kugel zieht noch ein dev cd rein und so weiter dann sollte das klar gehen idealerweise stirbt der boss im fortified auch nachdem er die fähigkeit nur zweimal gemacht hat dann seid ihr eigentlich auf der sicheren seite guckt gleichzeitig immer dass ihr euch wie hier der hunter und ich die kügelchen weg nehmt ich hatte jetzt zu dem zeitpunkt glaube ich nur zwei bin ziemlich logo droppt also wenn ihr da nicht full hp seid ist schon ende gelände und auch jetzt ihr seht die leute ticken gefährlich runter der hunter geht fast down es ist also trotz allem immer noch ein recht tricky boss der ganz gut schaden macht seht zu dass ihr da euer a game bringt und richtig losballert danach der spießruten lauf ist insofern eklig dass der tank halt ziemlich auf die mütze bekommt das muss man ganz klar so sagen aber wenn ihr einen tank habt der weiß was er tut ist das alles viel angenehmer diese brücke hier vor dem eigentlichen spießruten lauf holen wir alles nach draußen macht es halt einfach viel komfortabler zu spielen wenn ihr unten in dem raum seid ihr habt da hinten noch die drei dicken jetzt ihr habt vulkane zumindest in dieser id die da noch spawnen können es nimmt einfach jede menge platz weg und draußen könnt ihr das viel komfortabler spielen genauso wie ihr bei den nächsten drei ads wenn euer tank hingeht und auf der linken seite bleibt und body pult pult ihr nicht alle drei auf einmal sondern in der regel zwei stück den linken und den mittleren das macht es einfacher für euch wenn ihr sagt ihr wollt nicht mit allzu viel damage seitens der ads rechnen oder handeln dann macht das auf jeden fall macht es einfacher für euch und beim spießruten lauf kleeft runter vom eigentlichen boss und seht zu dass er so schnell wie möglich verschwindet dann haben wir die generalin wir haben wieder pride also alles perfekt getimt dass wir da bei den bossen das den buff haben können jetzt richtig reinschießen auch noch mit kampfrausch und dann werdet ihr sehen dass der boss trotz allem ziemlich schnell vonstatten geht beim verschwimmen aufpassen dass ihr da nicht getroffen werdet genauso dann wenn ihr da jetzt anvisiert werdet von ihrer fähigkeit solltet ihr so stehen dass andere spieler nicht davon getroffen werden können heißt also die jungs die gefahr laufen davon getroffen zu werden stellen sich beispielsweise an den rand oder auf die anderen seite von der gruppe damit tank healer und so weiter das nicht ankommen hier türkische ansturm haben wir jetzt ich gehe ganz nach hinten von den anderen leuten weg und hinten mein partner steht halt mitten im camp das war dann nicht die beste möglich lösung ich glaube es war der decay und hat unser schamihil auch noch einen auf die mütze gekriegt ansonsten geht der boss ziemlich ziemlich schnell down jetzt sehen wir es mal ganz gut hier wir waren beide draußen haben nur wir beide damage gekriegt alles gucci und damit ist der boss bei 50 prozent gleich dit und die instanz ist gelaufen und ich habe in time meinen heastone master und darf mich über den maun freuen an dieser stelle danke fürs zusehen ich hoffe es hat euch trotz allem ein bisschen gefallen wenn dem so ist gerne mal schreiben ob ihr mehr im plus sehen wollt und damit bis zum nächsten video bleibt gesund und rein gehauen bis zum nächsten video い는데